So, einen wunderschönen guten Abend. Heute am 24. Dezember 2021. Wir öffnen nun das letzte Türchen, das allerletzte, denn heute ist Heiligabend und ich wünsche allen von euch nah und fern und wo ihr auch immer seid und wo ihr auch und wie ihr auch Weihnachten verbringt, wünsche ich allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und natürlich auch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2022. Das Lied, welches heute gespielt wird, ja, wie sollte es anders sein? We wish you a Merry Christmas. Das Lied, welches heute gespielt wird. Und auch zu diesem Lied möchte ich euch etwas erzählen. We wish you a Merry Christmas oder übersetzt, wir wünschen euch eine frohe Weihnacht, ist ein traditionelles englisches Weihnachtslied aus dem West Country in England, das bis auf das 16. Jahrhundert zurückgeht. Der Ursprung dieses Weihnachtsliedes liegt in der englischen Tradition begründet, wobei reiche Gemeindemitglieder am Heiligabend Weihnachtsleckereien an die Carolas, das heißt den Brauch des Karolsings pflegenden Sängern gaben, wie zum Beispiel Feigenpuddings, die den heutigen Christmas-Puddings Weihnachtspuddings ähnelten. Es ist eines der wenigen englischen traditionellen Weihnachtslieder, welche das Neujahrsfest erwähnen. Es ist oft das letzte von diesen Sängern vorgetragene Lied für die von ihnen aufgesuchten Personen. Es gibt zahlreiche Bearbeitungen und unzählige Aufnahmen des Liedes in den unterschiedlichen Stilrichtungen. Ein deutscher Liedtext wurde von Monika Reumann geschrieben. Dankeschön. 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 Dankeschön.